Ja Leute, wieder auf dem geilen Server hier. Wenn ihr die Folge davor gesehen habt, wisst ihr worauf ich gerade anspiele. Ja, Markus hier am Start, Battlefield 3, ja. Ach du Scheiße, guck dir mal die Noobs an. Und immer noch hier, kannst du mir noch zeigen. Oh, ein paar gelieft. Ich glaube, das Rage steht wegen uns, ne, würde ich mal sagen. Ja. Hat der eine, der dann ein bisschen Stress gemacht hat. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht von hinten wieder gemäßt von dem einen Noob eben. Weil das hat mich ja verleitet, meine Emotionen freien Lauf zu geben. Habe ihnen geiles To-Go rausgehauen, ich glaube jetzt irgendwie, jetzt gefühlt in der nächsten Linie ist so geil. Ach komm her, ich belebe dich wieder. Noob. Was sind das? Irgendwas? Boah, da hinten, Alter. Warte mal, irgendwas mit meiner Tastatur jetzt geht's. Ungünstig. Alter, ich muss mich stecken, ducken. Was ist denn das? Irgendwas, setz dich mal fest hier. Was ist denn das für eine Scheiße? Ooooooh! Mein Typ bewegt sich überhaupt nicht, wie ich das haben will. Ne, egal. Alter, ich bin gerade beim Spawn von denen. So, jetzt geht's los. Nein! Okay Leute, ich weiß gerade nicht, überhaupt nicht was abgeht bei meiner Tastatur. Du, irgendwie macht die nicht das, was ich will. Tore! Was denn? Wir haben Adler 100er im Gegnerteam. Na, das finde ich natürlich sehr prickelt. Das regen wir natürlich jetzt auch. Der hat mich natürlich direkt weggesnackt. So, das bin ich mal tot, hoffentlich hat er sich jetzt behoben. Ich meine, ich musste irgendwie rechts und links drücken, irgendwie ist er verkehrt rumgelaufen. Komisch. So, jetzt geht's, jetzt geht's wieder. Okay. Siehst du rum unter den ersten wieder hier? Na, Markus, bin schon leider einmal verreckt. Leider, leider. Na, ich auch. Vom Adler 100er. Echt? Ja. Ja. Oh Gott, was ist denn im Verein? Loll. Stufe 9er mit dem Messer. Meine, die fliege jetzt wieder. Die fliege jetzt wieder da. Oh, da ist noch eine, die fliege jetzt wieder da. Scheiße, fliege jetzt wieder bei mir hier. Was soll das? Och komm, was kommen die jetzt hier ein, Leute? Spiel doch auf euren scheiß... Ja, spielt doch auf euren eigenen Stabler. Ja, stimmt. Echt Adler. Äh, der Adler 100er hat 0-0, der hat die gar nicht gesnackt. Der hat mich gesnackt. Ja, der hat aber 0-0 bei mir. Da, dann siehst du, da ist schon wieder der Adler 100er. Jetzt hat er mich schon wieder gesnackt. Natürlich hat der. Ja, irgendwie... Der Adler 100er, der hat 1-0. Da sind zwei Adler 100er drin, Kollege. Stimmt. Ach, scheiße. Also, wir kommen bei einer normalen Runde Battle 4-3. Ja, okay, der Server wird nicht lange behalten bleiben, glaube ich. Das ist so scheiße, die versauen den Noob-Leuten die Einstiegschancen. Also, das heißt, dass der jetzt wieder... Ja, ich würde... Nee, komm mal, ich würde echt sagen, wir sind jetzt nicht die Oberpros, ne? Also... Naja... Wie hängt meine Tastatur? Was ist denn das? Ich... Meine Tastatur hängt immer fest. Was ist denn das? Irgendwas hängt immer fest, dann macht man das nicht, was ich machen will. Was ist denn das immer, ey? Komm jetzt. Oh, und jetzt hier? Oh, verreckt doch mal, ey. Ohne Spaß. Nö. Tja, mit der 93. Scheiße, der Adler 100er hat mich auch gut. Der Adler 100er hat mich auch gut. Kannst du den Scheiß-Adler-100er-Freunde erzählen, Alter? Mit deinem Shit-Bucket, Alter. Scheiß-Kübel, ey, Alter. Kommst du auch eh nicht vom Bett runter, ey. Aus dem Bett raus, Alter. Der hat sein PC direkt ans Bett gestellt. Damit er zusprich. Wenn wir immer in der Ladepausen, dann schläft er mal ein paar Sekunden. Dann... Zwischen Ladepausen. Ja, er muss ja leveln, wa? Aber ein paar Nubsen gehen wir noch am Start. Ja, hab ich auch gemerkt. Da kommt noch einer, Markus. Ja, hab ich. Will ich nicht nifen, Alter. Komm, wir nifen hin! Alter, was war das denn? Wenn ihr das gesehen habt, der hat so rumgeleckt, der Kollege. So. So muss er laufen, hier. Ja, da merkst du direkt, wo die Adler 100er sind. Adler 97. Noch ein Adler 7. Genau, ein bisschen. Mann. Mann, jetzt hab ich hier vom Adler 100er geholt. Mit seiner Scheiß-Pistole, rennt nur mit der Pistole rum. Was ist da denn da? Ja, Adler 100er, die können das. Ne, find ich nicht. Na gut, doch. Ist ein Handicap verdient. Ja, komm. Könnt das mal leveln 7, na? Willst du mir das erzählen? Kannst du aber nicht erzählen. Glaub ich nicht. Ja, luckshot, wa? Schwuchtel, ey. Was spiel ich denn jetzt für ne Waffe? Schwuchtel, dachte ich... Ja, Schwuchtel. Ich muss jetzt die Waffe wechseln. Was ist die denn, Alter? Alter. Los! Los! Das ist mein Gegner von mir. Und los, hinter mir auch noch. Komm, spiel mal mit der AS-Wahl. Mit der ganz neue Waffe. Oh Gott, ich spiel mal mit dem Sniper zu leveln. Die ging aber ein. Die ist schallgedämpft. Mann, ey. Geht's an die AS-Wahl? Schalldämpfer? Ja, standard gemäß, immer. Die kann uns nicht mehr abmachen. Nein, ich mein, auch mit dann noch einen. Achso. Äh, nee. Was ist denn das denn? Doppelschallgedämpft? Ja. Was war das denn? Ich kann jetzt schon sagen, die Runde wird nicht genauso geil wie eben. Ne. Irgendwie sind's. Alter, ich hab 7, 6. Ich greife immer nur auf die Adler-Hunderte. Ja, ja. Oder, ja. Klar, Mann. Im Sprung holt dieser Level-2er mich. Mit ner halbautomatischen. Das sind solche Langschaften. Alter, das ist nicht mehr normal. Alter, diese Kackfliege hier bei mir in die ganze Zeit. Was hol das denn? Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Du, weil du kein PC leisten kannst? Ich ist vorweist hier. Mh. Acht, sieben. Acht, sieben. Mh. So, du musst einfach nebenbei, ich auch. Ich muss einfach nebenbei aufnehmen, weil wenn was geiles drin ist, sofort wegschmeißen. Das mach ich eigentlich auch. Ich muss eigentlich immer aufnehmen, das mach ich eigentlich auch. Ja, muss ja. Alter, Mann. Wenn irgendwas geiles dabei ist, dann sofort wegschmeißen, die Kacke. Eigentlich ja, ne. Aber hab ich immer keine Lust zu. Was? Der ist nicht verreckt. Ja, erstmal, erstmal. Erstmal gegen den Container los. Was? Och, komm. Ey, ich werd nur... Ich wurde noch nicht einmal von diesen Level 5, waren Level 10, noch. Einmal, zweimal von diesem Level 2. Aber sonst, nicht ein einziges Mal. Immer nur von diesen Adler-Hundern. Mit seiner 390 eher bei mir die ganze Zeit. Ja. Guck dir das an, aus dem Haus, mit seiner AUG. Das kannst du nicht erzählen. Wie gut ist der hier? Nein! Oh, Mann! Der neben... Um 16.03. So, jetzt muss ich durchprobieren, ja. Oh, nein. Einfach alle Waffen mal durchprobieren. Ey, keine Lust. Ich hab 10, 9, Alter. 10, 9 hab ich. Jetzt hab ich 15, 7. Und ich glaub ich hier besser. Die Runde eben war geiler. Die Runde eben war tausendmal geiler. Okay, jetzt gehts wieder, glaub ich. Nein, ich wollte mich hier holen. Achtung, naja, ich werd natürlich... Du läufst dann natürlich durch, und ich werd wieder von den Level 2ern mit seiner halbautomatischen Sniper weggenatzt, ne? Du stirbst jetzt. Nee, ich will nicht sterben. Wieso stirbst denn du nicht? Nein! Der war doch da. Alter, der war auch einkassiert, ey. Der war auch lange durchgehalten. Kopftreffer. Ist unmöglich, Alter. Wo sind die denn alle? Da oben hängen die, oder? Geht er hoch. Nein, der ist schon tot. Na, Sniper, was geht da? Oh, der hat den so den Arsch gerettet. Das musst du dir unbedingt angucken. Alter, ja sicher. Nimm dein Medikin! Nimm dein Medikin! Da wirst du immer gekillt! Als ich... Oh, oh, oh! Sniper! Was ist da denn explodiert? Oh, krass, ne? Ja. Irgendwas ist denn mal dick in die Luft geflogen. Na, Sniper ist mein Hel... Alter, wie? Ich bin scheiß aiming trotzdem, weil ist er tot. Das war ja wohl mal... Na, ich bin mir zu überheblich. Ich muss mal Respekt bei den Gegnern zeigen. Ja, natürlich wieder von hinten mit seiner Halbautomatik. MK11, wie heißt der? Der hat Level 2, ne? Ja, ja. So, und wo seid ihr denn jetzt? Na komm, geh drauf! Alter! Guck mal, wie der schieße ich einmal ab? Ich bin von hinten beschossen und bin noch nicht tot. Noch nicht. Ja, Markus, mach mal die Sniper hinten mal weg. Ich kann ja nicht mehr... Jetzt kann ich mich bewegen. Ja, ja. Das ist immer nice. Ich bin da. Ich bin bei dir... Oh, Granate. Oh, ich werd angeschossen. Nein, ich muss nachladen. Und ich gewinn natürlich trotzdem. Oh, yeah. Ich bin da, ich bin bei dir, falls du verweckst, ne? Ja, davon ist noch einer. Da ist noch einer! Nein, der hat mich. Der läuft jetzt zu mir gerade. Das ist der Adler 100er, ich hab den. Ja... Ja... Perfekt. Oh, 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 einen muss ich knifen. Da noch ein Sniper. Oh, oh, oh. Ja, den Level 2 erstmal... Oh, 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 oh. Das ist tot Ja, den... Alter, den hätt ich auch noch nur helfen können, du Penner. Ich muss nen Penner. Du kannst ein Total da rein. Da aus nem Halle, aus der Halle. Da ist dann auch... Ja, der ist tot. Oh, 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 oh... Kann ich nicht doch wiederholen? Ne... anscheinend oh ja ich laufe natürlich direkt in den Rhein mein Gott Alter, diese paar Typen, diese drei Typen die reichen schon um mir auf die Eier zu gehen auf den rumzutrampeln, Alter, das ist doch... ne, keine schnelle Verdichtung das ist zum Socken ausflingen, Alter, das ist doch... die Socken vor allem, bist du tot? also ich kann dich noch... na gut, ich bin halt nicht ich lebe noch, noch ich denk noch, ja da hinten, ich seh dich, ich komm mal zu dir die käppen ja auch alle den scheiß Haus hier die ganze Zeit wow, wie hat der das denn gesehen? so ein Penner, Alter, mit der, mit der Magnum guckt der ganz chill um die Ecke, gib mir einen schon das Headshot, ja ja, ich weiß aber jetzt wo du bist, Arschloch hier, du weißt jetzt wo er in seinem Haus wohnt, ne, weißt du aber jetzt fällt der in eine Sekunde... ja, hast du ihn gekillt noch mal ne, ne, ich war das nicht, war das klar kannst du gerne eine Aufnahme angucken, war das nicht immer die Aufnahme vorschieben als Ausrede, wa? ja, sieh, das nützt aber, hilft auch was wo sind die Säcke? ja, hinten, wir haben Snipern, die hängen da wieder in dem Gelinde da du gehst auch mal drauf da hinten das Automatik-Typ da da ist noch einer oh, Alter, die kommen alle von der Seite die hängen ja wieder in der Barrikade warte, was sind unsere? was willst du aufsetzen, spielst du eigentlich auf der F2000? ich spiel aber jetzt gerade die am 16A3 achso ich weiß immer noch nicht so richtig, welche Aufsätze so gut sind, welche... oh, da mehr jetzt mit so'n Bullshit NEIN ich wollte die... auch Waffe ziehen, die schmeißen im Geek erst mal Medi-Pack ja, Frontgriff auf jeden Fall, schwerer Lauf ist gut hab ich auch oh, ich bin wieder am Servister ich hab zwei Servister und zwei rumgekriegt, oller ne, Frontgriff hab ich auch ne, Frontgriff hab ich auch du gehst richtig krass ab, ey, Kollege ne, wir haben eine 3er-Kadene na, so meint haben wir das heute nicht ah, das ist eben auch ne geile Ohne... was hast du denn? 20-13 ne, geht ja noch ab, ne? ne, da geht es richtig krass ab, auch wenn... ey, ey, ey... ja... ja, die meisten können immer auch nix ne, ich lauf immer alleine rum, ne das glaub ich, das Problem und ich lauf auch immer mit, äh... in so'ne Menge von Leuten rein das sind so alle Bobs, aber... ich glaub, wir waren auch gerade alleine rum, snacked schon wieder Double Kill oder kommt auch hier einer? ah ja, okay das waren drei Leute vor mir, da kann ich nix machen wieder der Adler 100er hm ah, ich hab 1,5, ne? gegen den Adler 100er, ne? ich weiß nicht, ob ich gestorben bin 11 Mal 1,5 hab ich gegen den Adler 100er, ne? ja, also... andere Adler 100er wird natürlich die anderen 6 Skills haben boah 0% hab ich noch ja, gönn dir mal erstmal Medikit, du dann kill noch einen mit dem nein, ich seh die schon da hängen Hilfe Medikit oh Gott, geh da bloß nicht rein oh Gott Gott, er hat mich nicht gesehen, Alter ALTER da kommen richtig viele raus snick die alle weg ich kann nicht, Alter ich muss grad nachladen nur einmal ein Medikit ok ok nimm es ist Opfer 70 ok Alter, waren so viele in der Scheißhalle drin ohne Spaß ich hab die nein, die haben noch haben können, ey schade ich treff mal wieder nix G18 G18 Action mal wieder was hängt der alter, einige können ja nix alter, nix können die, das ist so witzig Alter, sagst du aber Sack wie der Eint von wo schießt der ach, von da oben ja mann der konnte, der mit seinen scheiß loll, Magnum und Zinfeldrauss spielt der die soll auch ganz witzig sein ey komm, Alter das kannst du mir nicht erzählen wie der mit der Halbautomatische abgeht der hat doch einen der hat doch einen ich renne rein, baller voll auf den drauf der Pizmus war schwarz drücken ja, gesprayt halt Level 2er, ja der kann doch nicht mal auf die linke Maustaste durchdrücken, ja ey boah auf dieser kleine schwarz die drücken die linke Maustaste zum Ziel und die rechts zum Schießen das ist mir die Fresse, oh wir haben Haushocken wieder vor viele oh Gott kill den doch mal, du alter, kill den doch mal ich hole erstmal so einen Typen von uns wie der hier bist der behindert oder was? ja guck ihn dir an ja ich sehs nicht ich kann sichs nicht ich hab den nicht wiederbelebt ne ich hab den nicht wiederbelebt ja war der das Alter der rennt hinter dem und schwitzt in der Luft und der steht hinter dem Gegner und schwitzt in der Luft das hasse ich auch immer ich muss den unbedingt messern deswegen geh ich mal drauf weil ein anderer unbedingt unbedingt scheiße ja ich hab den ja ich bin tot ja dankeschön ach da kommen so viele Achtung guck mal auf die Minimans ja uff ja die sind über uns da vorne sind sie einen einen hab ich boah ich geh mal hoch ne alter der oben ist gar keiner alter bei mir hier unten ich werd mal Kollegen wieder sonst bin ich hier ganz alleine so luft es rein glaub ich oder? nein nein da ist noch einer da ist noch einer da ist noch einer oh hab ich ne hat jemand anders jetzt wollen die natürlich da hinten alle du kannst nicht du kannst nicht mal weißt du in normalen Runden da geh ich davon aus wenn einer hinter einem herläuft ja? dass du den auch wirklich killt ja wir musst du wirklich zweimal nachdenken wir musst du damit rechnen dass du den nicht killt ja? ja die können ja auch nix das ist nur so aus unserem Team das ist ja nicht so dass das ganze Team was kann bei uns natürlich sind ja bei uns auch alle schlecht ja da bist du auch ja es ist jetzt nicht böse gemeint aber es ist natürlich jetzt doof für die Leute die hier grad anfangen Belfit zu spielen aber so ist das Leben keine Chance den Noobs das Leben ist kein Ponyhof wir müssen gleich auf die harte Tour hier kennenlernen echt mal ne du hast recht sind der KD hier noch auf dem nicht die killen ja auch unsere Noobs den nerf ich jetzt alter so Arschloch nochmal Penner ich find so ist auch kein Noobfarming oder so das ist ja ich weiß ich nicht was war das gar ein Doppelkill? toll ja der ist ja Level 3er ey sooo ey komm Kollege wo ist der Typ jetzt hin? irgendetwas war hier noch ein Gegner Alter hier haben wir schon Standbilder was ist denn das? vergiss es Digga knifen geht hier nicht auf die Suchserver oh der kriegt erstmal wie ein Nemesis Opfer alter haben auch grad drei Leute weggesnackt hintereinander ja aber komm jetzt kommt da wieder so ein der hat doch gar kein Level der hat doch gar kein Level der hat doch gar kein Level und killt mich alter ja du ist noch nicht mal Level 1 oha alter wie viele denn da Alter 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 wir haben sogar ein Spawnback hier oben Adler und Natter mir auch ich bin bei Spawnback gespawnt ja ich auch Ja, ich auch. Der hat uns gespawnt. Ja, ich auch. Wir wurden an uns gespawnt schon. Schwasti, ja. Kann man natürlich auch machen. Muss ja nicht unbedingt kaputt machen. Man kann natürlich auch spawnen. Ja, ich gerne. Ja, 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 Adler 100er. Ich hasse dich nicht. Guck, alter, wie schnell reagiert der denn? Auf welcher Mausempfindlichkeit hat der das denn? Ich hab mittelmäßig so, aber wenn ich mal so einen Kollegen mal, der nicht so viel zockt, als ich die Hand drücke, wird sagen, alter, was ist der denn hier? Ja, ist auch bei mir so. Da können einige überhaupt nicht mit um. Nee, nee, du stirbst auch nicht. Der killt mich mit der M9. Ey, komm, Adler 100er, geh nach Hause, alter. Lär mal deinen Scheißeimer aus, ey. Ja. Ja, Doppelkill erstmal hier, so. Komm schon! Da sind so viele, ich bin wieder am spawnen von denen. So, mir ist auch einer hier gerade. Erstmal messern, zack. Ja, das ist Battlefield, muss ich sagen. Das ist Battlefield. Oh, ich hab irgendwie Bock auf Battlefield 4 jetzt. Also, so lang, nicht mit mir. Langsam müsste es mal irgendwann kommen, Leute. Na, ha, fein. Oh, Nate. Zack, zack. Ich hätte den Längen hier aber auch rum, ich hab richtig Bock auf Battlefield 4, alter. Mal wieder. Eigentlich irgendwie auch gerade. Könnte jetzt langsam mal rauskommen, ne? Morgen oder so. Ja, wär nice. Nee, wär nicht nice. Hättest schon vor zwei Wochen rauskommen sollen. Hättest schon vor sechs Wochen rauskommen sollen. Ja, vor sechs Wochen wäre richtig nice gewesen, wenn man bei mir fahrt. Ja, bei mir auch. Am Anfang des Monats, wa? Hier musst du ein Messer haben. Du, oder rechts? Nichts von dir, links von dir. Wo denn? Ist nicht, ich bin Torhund. Mann. Adler 100er, mal wieder. Mal wieder. Hast du ein Level 2, Bob? Jetzt hier knifen. So. Boah. Die hab ich schon dreimal die Hunde geneifet. Das ist irgendwie traurig, oder? Ich hab's dir gesagt. Mir tun die Leute nicht läuft. Na ja. Ach, wieso knallst du denen denn ab, du Move, ey? Du knifest, dein Arschloch. Ey, das sind solche Typen, weißt du? Die rallen drauf, wenn du denen vor denen stehst, ey. Oh, mein Aiming. Oh! Erstmal ein Double Kill wieder. Ah nein, ist da noch einer! So, Triple. Kollegen wiederholen. Komm. Erstmal Headshot, ne? Erstmal nachladen, haben nur einen Schuss. Ey, G18 beste Sekundärten Sekundärwaffe, ey. Ohne Spaß. Ich kann einfach alles. Brötchen schmieren. Brötchen schmieren. Kaffee kochen. Kaffee kochen. Leute töten. Wäsche waschen. Wäsche waschen. Ja, alles. Oder einfach für dich da sein. Wenn du mich damals da sein und Leute töten. Alter, jetzt geht's ab, Alter. Gleich in zwei Minutes schon die Runde. Achso, der ist schon tot. Schieß manchmal auf Leichen, weil einige... Punkte Eskalation. Eskalation? Eskalation? Den Markus. Eskalation. Nein, der Mutter wieder schwule. Alles scheiße. Ja, was soll ich denn sagen? Ich hab schon so lange... Der Headshot, weißt du so. Ein Prozent. Oh, 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 oh. Nix der Adler. Nix der Hobo. Oh, das fand ich jetzt aber nicht so schön. Wieder Adler und Natter. Zwei Sieben hab ich gegen Adler und Natter. Ich würd mal sagen, wir dominieren Server. Du bist ja nicht heute. Und wir gewinnen natürlich, wie das gehört. Boah, ja, in der Luft. Ja, ja, das war... Da war der Adler und Natter. Alter, wie viele sind denn hier? Okay, das war scheiße. Dann hätt ich sprayen müssen. Meine Güte, ne. Das war doof, Leute. So überragen sie die auch wieder nicht. Die killen dann halt nur immer sehr schnell. Findest du mich schon gespawned, Campteer? Was ist das denn? Spawn hat erst mal direkt die Hälfte Leben abgezogen. Du musst ja grad mal ein bisschen Leben wieder generieren. Schau mal denn. Ach. Du bist fast wieder gleich. Du bist natürlich wieder ein Tick besser. Ein Tick, natürlich. Ne, ist nicht viel. Mir fehlt eigentlich noch so die Streak, weißt du? Die alles so wieder raushauen. Ja, letztes Mal war auch... Letzte Runde auch. Die 10er-Streak ist richtig rausgegangen. Da hab ich richtig schlecht. Ich hab vorne gewollert. 9,5 oder so hatte ich dann hier auf einmal 18,5. Die haut natürlich dann nach vorne. Wie fehlt mir gerade. Alter, wie das Punkte gibt erst. Hab ich den jetzt zum vierten Mal gemestert? Ja, ich glaub schon. Ich bin ab dem vierten Mal. Ah, hier in den Container hängen sie jetzt hier. Na, ne. Ich hab den Unicore, der mag ich jetzt, glaub ich. Den hab ich das vierte Mal diese Runde gemestert. Und zum Level 2 überhaupt frei. Ey, dieser Adler, der geht mir so auf den Sack bei denen. Dieser Wub-Miles, ne? Der geht mir so auf den Sack. 2-8 hab ich gegen den. Ey, kann mir... Gib mal deine AOG her. Zeig mal wie gut die ist. AOG ist awesome. Hat der 100 da. Ich mag immer gerne den Durchwechsel ein bisschen. Jetzt kommen dort nach. Dann snacken wir ja nicht mehr. Ja, den Krieg weg. Was ist denn das? Alter, wie krass ist denn die AOG? Ach nee. AOG ist immer geil, Mann. Nathan. Und wir gewinnen natürlich jetzt. Erstmal einen Dreierkill mit der weißen. Zack, dann sitzt du da nebenbei der Nathan. Ich hab Nathan geschmissen vor einem vor die Küche und lass den ganzen sitzen. Ach komm. Der kippt einfach mal so rum. Nemesis Metal, Alter. Boah, das geht gleich für mich. Ja, ach nee. Das gibt richtig Punkte. Ich hab auch wieder ne Saviour Metal oder sowas hatte ich. So Sniper. So nicht. Ah ja, nein, 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 nein. Oh du, du Camper. Der Adler 100 hat da, das ist so ein Camper. Der steht ganz hinten. Oh, das war's. Die Finger durch. Ah. Natürlich gewonnen. Dein Team hat gewonnen. So muss das sein. Ja. Oh meinst du den Score? Oh, eine 62, 21. Und 50, 26. Natürlich der Server dominiert hier. Boah, drei Medals, Alter. Ich hab eine. Nemesis Metal. Ja, Saviour Metal halt. Saviour Metal. Hatt ich auch Saviour Metal. Äh, accuracy Metal. Oder accuracy. Und G-18. Hast du G-18, Zwister. 27.000. 42.000 Punkte. Nein, ich hab 27.000 Punkte. Geil. Boah, geil der Server. Aber wir gehen uns alle raus. Ja, jetzt wollen sie nicht mehr. Na ja, gut. Ja. Vielen Dank für's Zuschauen, ja? Ja, gut. Das war mir eine richtig geile Folge. Ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.